Herzlich willkommen zum Tutorial Wie lerne ich A Kind of Wolves von Alan Rosenheck in einer Bearbeitung für drei Harfen von Carola Pinder und Rainer Templin. Ich komme noch einmal zurück zu sprechen auf die Harfe 1, denn einige von euch möchten sie vielleicht lieber mit der Pedalharfe spielen und deswegen gehe ich sie jetzt noch einmal für euch wegen der Pedale durch. Die Noten bespreche ich jetzt nicht mehr, da müsst ihr euch das andere Tutorial angucken, das für die Klappenharfe gedacht war, aber wir gehen es noch einmal wegen der Pedale durch. Also, auf der Pedalharfe geht es natürlich auch ganz wunderbar, sowohl auf der Einfach- als auch auf der Doppelpedalharfe. Wir haben am Anfang eingestellt D, C, B, E, F, Gis und A. Unseren rechten Fuß können wir gleich auf das G-Pedal stellen, denn wir brauchen es gleich. Unseren linken Fuß können wir schon einmal in die Richtung des H-Pedals bringen, denn auch das müssen wir gleich treten. Es geht los. Wir haben zwei Takte am Anfang Pause. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. G-Pedal. Jetzt müssen wir H-Pedal drehen. Fuß auf C. Das C wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5 und 1, 2, 3. 4 und 5 und 1, 2, 3. 4 und 5 und 1, 2, 3. 4, 5, 1. Jetzt treten wir das Gis-Pedal und 1. Jetzt treten wir das Gis-Pedal wieder raus. Und B. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Und wieder H. Und B. Nun treten wir Gis und H während unserer 3-Takte Pause. Es geht weiter in den Takt 30. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gis raus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3-Takte Pause. Dann geht es weiter in den Takt 38. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Gis und B treten. G raus. Wieder H treten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und B treten. 4-Takte Pause. Es geht weiter in den Takt 58. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Das vorgeschriebene Tempo für das Stück sind 144 Viertel. Wir müssen es nicht in dem Tempo schaffen. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere unter euch, der das ganz sportlich sieht und es einfach mal versucht. Also wer Lust hat, spielt es mit mir einfach mal mit in 144. Anschnallen bitte. Die Klappen und die Pedale auf die richtige Position bringen. Und es geht los. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, fünf, eins.